Super, Infizierte. Super, Infizierte. Super, Infizierte. Okay, here. Super, Infizierte. Geht? Geht, Geht! Gib mir die Hand. Wir müssen hier weg. Es sind zu viele. Wie geht's? Los! Siehe den! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Komm! Everybody's okay? Ja. Oh, zur Hölle kam die alle her. Hey, hast du ne Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt. Bleib bei. Wir müssen alle warten. Aufbaukommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Los! Los! Die Tür! Los! 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 Die Tür ist hier! Los! Los! Wo ist die Tür hier? Nein! Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, Damen! Hey, Mädchen! Auf den Karren schieben! Kommt rein! Ich schaff die Glocke ans Fenster! Gehalten wir diese Infusion! Okay! Für den Karren! Geht her! Geht her! Solche sie! Oh! 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 Well, die sind, die sind dunkel! Hilfe! 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 Ich soll nicht übernehmen! Ich kann das eigentlich infizieren vom Hals! Was gab noch? Hilfe! Ich habe ihn gegen den Krankenharten gefangen, Rettet man! Hilfe! 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 Lass uns das! Lass uns das! Lass uns das! Kommt! Komm hin! Fast geschafft! Ich hab' dich geahen.. Hey! Hey! Shut up, um in Меня zu mir! Ich hab' dich verloren. Wohin gehen wir? Ach' das passiert! Los! Ich bin die Fall! Langsam am Ende! Zu den Türen! Hier durch! Auf geht's! Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wer heißt du? Abby. Abby. Alles okay? Ja. Es wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in deinem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm! Komm! Halt mich weg! Halt mich weg! Halt mich weg! Ich war... Hab ich ein Skateboard gefunden. Und... Als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ja. Ich fiel auf mein Messer. Okay. Ähm... Die Verätzung. Äh... Das war ich selbst. Wieso? Äh... Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und... Es kam raus, dass ich... Immun bin. Die Wunde heilte. Aber mit... Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh! Hey! Ich hab dir ne wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte! Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Was ist los? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt ne Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben ne ganze Stunde gewartet. Ich hab sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich geh nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Après 2行 spinn. Ach non, neu, mach 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 mach. Ach, vimos, mach 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 mach. Ach, nie mit câmera. Ach, traur gli auf dieânzen. Ach! Ach! Alter, hast du babe? Okay, gehen wir rein. Du hast uns Angst gemacht. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in einem Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Abgehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dachsend Solarkollektor. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen. Eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nein! Halt den anderen fest! Nora? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta Madre! Joel. Miller. Wer bist du? Ratte mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Er nimmt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Du dummer Altam. Ich lasse mich nicht hetzen. Joe! Tommy! Oh shit. Wie komm ich da runter? Okay, Shima. Komm schon. Komm schon. Bitte, Sayoki. Joel? Tommy? Alles okay. Alles okay. Alles okay. Oh, da ist das. Joel? Tommy? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und dann. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lass mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay? Lass los! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lass ihn frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt! Joe! Steh auf! Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe! Bitte steh auf! Nein! Ich mein der Hölle! Ich bring euch auf! Nein! 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 Ich bring euch auf! Ich bring euch auf! Ah! Natürlich, nouveau Charity. Warum ist das mein Vater? Nur, noch was ist kein Vater! Nein! Oh! Oh! Oh mein Gott! Ellie? Ellie? Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Nein! Nein! Hi! Hi! Kann ich mich setzen? Ja! Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davon kommen? Tch! Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Einen Tag. Bitte. Gut. Gut. Okay. Okay. Ich bin sicher. Pflasyon. Das war's... Komm! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.